Hallo, Klein Amber. Du bist ja aufgeregt. Wo willst du hin? Du fährst zu Toms Lackierwerkstatt? In was wirst du dich verwandeln? In Dumbo, den Elefanten? Das ist fantastisch! Wir sehen uns bei Toms Lackierwerkstatt. Hallo, Tom. Klein Amber ist hier für eine Verwandlung. Sie möchte, dass du sie in Dumbo, den Elefanten, verwandelst. Schaffst du das? Tom sagt, er schafft das. Aber erstmal musst du die Sicherheitsbrille aufsetzen. Jetzt bist du bereit, angemalt zu werden, Klein Amber. Das ist richtig, Klein Tom. Du solltest deine Augen auch schützen. Wir brauchen graue Farbe, weil Dumbo ein grauer Elefant ist. Du wirst genau wie Dumbo aussehen. Was kommt als nächstes, Tom? Ja, ein dunkles Grau für die Details von Dumbo. Dafür brauchen wir auch einen Pinsel. Du wirst genau wie Dumbo aussehen. Im Gegensatz des Jahrhards. Du wirst genau wie Dumbo aussehen. Der hat dierehzahl an den Leuten. Die Kinder sind schützlos. Der hat dierehzahl an den Menschen. Wir brauchen die Bewegung. Die Überraschung an den Begrenzen. Toms. Die?」 Die Wolfs und die Familie. Du bist fast fertig, Klein Amber. Wofür ist denn das helle Grau, Tom? Für Dumbo's Füße? Hervorragend! Ja, jetzt brauchen wir einen kleinen Pinsel. Ich glaube, ein paar Dinge haben wir noch zu erledigen. Du siehst genau aus wie Dumbo, Klein Amber. Kannst du fliegen? Wow! Willst du mit deinen neuen Ohren spielen, Klein Amber? Willst du rutschen? Nein, du willst die Rutsche runterfliegen? Klein Amber, du kannst fliegen! Tschüss Freunde, bis zum nächsten Mal, wir sehen uns!